Vor uns tauchten die erleuchteten Fenster eines 24-Stunden-Restaurants auf. Es sah ziemlich schäbig aus, eher so ein Imbiss, wo Plastikasche auf den Tischen stehen und man den ganzen Tag Frühstück bekommt. Ich spürte das Bündel Geld in meiner Hosentasche. Zu viel hatte ich nicht, aber gerade genug. Ich stellte die Reisetasche ab und hielt sie auf. »Na los, Kumpel!« Ich klopfte wieder auf den Boden. Bo legte die Ohren an und runzelte seine Hundeaugenbrauen. Er winselte und wedelte mit eingezogenem Schwanz. »Ich weiß, das ist echt blöd, aber du kriegst auch ein bisschen Speck.« Dann zog ich den Reißverschluss zu. Drinnen roch es nach abgestandenem Rauch, nach Kaffee und gebratenem Ei. Bilder zuckten über den Fernseher, der in einer Ecke hing, aber der Ton war abgedreht. Mir lief das Wasser im Mund zusammen und mein Magen wachte auf. Die meisten Tische waren leer. In einer Nische saß ein altes Ehepaar und kaute schweigend. Ein Mann mit langem Bart und Pferdeschwanz hockte allein am Tresen. Ich fragte mich, ob er wohl obdachlos war. Eine Kaugummi-kaunde Bedienung lehnte am Tresen und sah zum Fernseher hoch. Alle wirkten müde und unglücklich. Die Bedienung musterte mich von oben bis unten. »Nur du?« Ihre Stimme war rau und ruppig. Ich nickte. »Ganz den Tisch aussuchen, Schätzchen.« Ich schob die Tasche mit Bohlen an die Nische und setzte mich neben ihn. Eine Hand ließ sich auf der Tasche liegen, damit er ruhig blieb. Mit der anderen schlug ich die in Plastik eingeschweißte Speisekarte auf. Den Rucksack hatte ich unterm Tisch gegen mein Bein gelehnt. In dieser Stadt wollte ich lieber vorsichtig sein. Ich war so müde, dass die Schrift auf der Speisekarte vor meinen Augen verschwamm. »Es ist schon nach zehn!« Die Stimme der Kellnerin neben meinem Ohr ließ mich zusammenzocken. Ihr Blick bombardierte mich mit Fragen. Unter ihrer dick aufgetragenen Schminke war der Schatten eines blauen Auges zu erkennen. Ihr Mund bearbeitete unauffällig das Kaugummi. Ich nickte. Das Kauen setzte aus. »Und?« Sie hob die Augenbrauen und senkte das Kinn, um mich anzusehen. »Was machst du denn noch so spät? Und ganz allein?« Mein Hirn tastet blind nach einer guten Lüge. Aber es war zu müde. Alles schlüpft ihm durch die Finger. »Ich bin gar nicht allein. Mein Vater ist da draußen?« Ich nickte in Richtung Fenster. Die Bedienung spähte hinaus. Weiter oben an der Straße leuchtete ein Neonschild. »Wie? Bei Barneys?« Sie verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. »Ist ja nett. Um die Uhrzeit hockt der Alte noch an der Bar und schickt seinen Sohn zum Imbiss. Klingt fast wie mein Vater.« Sie sah auf mich hinunter und ihr Blick wurde etwas weicher. Ihre Zähne machten sich wieder über das Korgummi her. »Was willst du denn haben?« Ein Toast mit Rührei. Dann fiel mir Bo ein, der in der dunklen Tasche lag. »Und eine Portion Speck. Bitte.«